Hallo liebe Goldsucher, ich werde Ihnen nun eine der beliebtesten Plattformen für das Online-Geldverdienen im Jahr 2022 vorstellen. Darf ich vorstellen? Mit U-Burn können Sie zu Hause bleiben und Ihr Mobiltelefon benutzen, um bis zu 120 bis 1000 Dollar pro Tag zu verdienen. Diese Plattform ist für Nutzer in der ganzen Welt zugänglich. Bevor Sie anfangen können, Geld zu verdienen, müssen Sie sich über den Link unten in der Videobeschreibung registrieren. Die Anmeldung ist sehr einfach. Sie müssen mit Ihrem Namen eingeben, ein Passwort festlegen und einen einfachen Verifizierungsprozess durchlaufen. Der Verdienstprozess ist so einfach wie die Registrierung. Sie wählen die Plattform, auf der Sie arbeiten möchten, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube oder Twitter. Mit der App können Sie zwischen sechs Status wählen, von denen jeder die mögliche Anzahl und den Wert der Aufträge erhöht. Wenn Sie zum Beispiel die erste Statuskategorie haben, erhalten Sie nur drei tägliche Aufträge für 40 Cent. Und wenn Sie den höchsten VIP-Status haben, erhalten Sie 23 tägliche Aufträge für je 1,6 Dollar. Der erste Status ist kostenlos. Der letzte kostet 1000 Dollar. Wenn Sie nachrichten, wird es das investierte Geld jeden Monat auszahlen, selbst wenn Sie nur ein Minimum an täglichen Aufträgen haben. Darüber hinaus können Sie Provisionen für Ihre Empfehlungen erhalten. Dazu müssen Sie spezielle Links an Ihre Freunde, Bekannten oder Ihr Publikum senden, wenn Sie ein Blogger sind. Sobald sich eine Person über Ihren Link anmeldet, geht ein Teil seines Verdienstes an Sie, ohne ihn zu verlassen. Der Geworbene selbst kann auch besondere Belohnungen in Form von Geld und Status erhalten, je nach Ihrem Status auf der Plattform. Sobald Sie sich für die Plattform und Ihren Status entschieden haben, werden Ihnen Aufgaben zur Verfügung gestellt. Sie wählen aus der Liste die Anzahl der für Ihren Status verfügbaren Stellen aus und gehen dann auf die Seite Datensatz, wo die Status der von Ihnen ausgewählten Stellen angezeigt werden. Eine Aufgabe besteht in der Regel darin, sich bei einem bestimmten Konto anzumelden und Inhalte zu linken. In der Regel dauert die Erledigung der Aufgaben weniger als eine Minute und wenn Sie besonders schnell sind, können Sie sie sogar in nur 30 Sekunden erledigen. Als Nachweis müssen Sie einen Screenshot machen und diesen zur Überprüfung einsenden, woraufhin Sie Ihre Belohnung erhalten. Ein- und Auszahlungen werden über die stabilen US-DT-Münze abgewickelt. Sie müssen keine Geldbörse verknüpfen, sondern können einfach eine Adresse für die Einzahlung angeben. Die App enthält eine ausführliche Anleitung zur Nutzung der Plattform. Auf der Startseite der App gibt es acht Hauptregisterkarten. Diese sind Aufladen, Aufheben, Teambericht, der die Statistiken für Ihre Überweisungen anzeigt, Freunde einladen, der Überweisungslinks generiert und vier weitere Registrierkarten eher technischer Natur. Neben der Startseite gibt es auch die Registerkarten TaskHall, VIP, Record und My, wo Sie Ihre Statistiken und Daten einsehen können. Die Plattform ist recht einfach und leicht zu bedienen, mit einer übersichtlichen Oberfläche, die auch unerfahrenen Nutzern keine Schwierigkeiten bereiten dürfte. Dieses Projekt ist nützlich für Blogger und Menschen, die Geld verdienen wollen, indem sie ihre Popularität steigern. Blogger verdienen durch den Verkauf von Werbung, daher investieren sie gerne in die Steigung ihrer Popularität, denn je größer diese ist, desto höher ist der Preis für die Werbung. Und für Sie gibt es die Möglichkeit, ein einfaches Zusatzeinkommen zu erzielen, direkt von Ihrem Smartphone aus, wo immer Sie wollen. Übrigens, Sie können dem Telegram-Kanal beitreten, um weitere Informationen über die Plattform zu erhalten und in aller Ruhe zu kommunizieren. Sie erhalten 3 Dollar kostenlos nach der Registrierung und die minimale Auszahlung für VIP-O-Mitglied wird 5 USD pro Zeit sein. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Schreiben Sie in den Kommentaren Ihre Meinung zu dem Projekt, vor allem wenn jemand vor Ihnen es bereits ausprobiert und seine ersten paar Dollar verdient hat. Und das war hier mit Euch. Bye Bye!